Ich gucke mal, schieb mal, fotografiere ich einfach mal ein Vögel. Liebe, ich lasse dir nicht los. Ein guter Wurzern fotografiert noch. Ja, der ist hier vorne. Oh. Der. Also hier? Ja, klar. Ich muss da durchdrucken, siehst du den? Ja. Gut. Es sind nur zwei Fotos. Nein, da ist es hier. Ah, den muss ich jetzt fotografieren. Ey, jetzt. Boah, guck mal, da ist es. Oh, wie schön es ist. Was kommt denn hier?